Es kommt als extra Bonus bei einem Konzertsaal, dass man nicht nur einen Raum macht für Klang, sondern eben auch für Ruhe. Es ist ein Raum, wo ich denke, die meisten Menschen sich wohlfühlen. Man hat tatsächlich Lust, einfach sich da aufzuhalten. Und damit spielen wir im Sommer. Und wir machen ganz Monat August hier in diesem Raum eine Ausstellung, eine Installation. Die Gold Projections von Joe Ramirez, wo wir hier zwei Goldscheiben hängen gegenüber voneinander. Und es funktioniert so, dass es eine Art Projektion gibt. Es fühlt sich aber eher an, als ob diese Video, diese Bild, diese Kunst rauskommt aus einer Goldoberfläche, was wirklich Handwerk ist und eine rohe Oberfläche hat und einen ganz besonderen Hintergrund macht für diese lebendigen Bilder. Es ist so eine Mischung zwischen bildender Kunst und Film, aber eben auch mit viel Tradition und mit dieser Goldtextur, wo man vielleicht eher an Ikonografie denken muss. Das kann man in August erleben, ab Sonnenuntergang, Freitag und Samstagabend bis 1 Uhr nachts, dass man einfach hier in Ruhe die Stille genießen kann und dieses visuelle Erlebnis haben kann. Man muss sein Telefon ausschalten, man muss seine Schuhe ausziehen und kann sich dann diese Ruhe und dieses Erlebnis widmen.